Haben sie den überhaupt abgefeuert? Nee. Der ist noch da. Sollen wir mal richtig krass Scheiße bauen? Was hast du vor? Ich baue Scheiße. Hier war noch irgendwo welche. Ich kann es verstehen, wenn du jetzt weggehst. Tu ich ja gerade. Ich kann ja ran suchen. Guck mal her, leuchte mal. Nur kurz leuchten. Damit ich weiß, wo die Zündschnur ist. Christopher? Ja? Kannst ruhig näher kommen. Damit ich ungefähr weiß, wo es ist. Gut. Der war doch gut, oder? Das wird das Intro. Ekel. Noch ein paar Worte an unsere Zuschauer. Mir ist langweilig. Wenn euch langweilig ist, guckt dieses Video. ligght. Einmal mit dem Buss auf den innen.